Bam. Willkommen zurück zu Let's Play Morrowind. Wir könnten nun... Ja, wir wollen Nerevarine beim Zainab-Clan werden. Wir könnten nun einfach dem Ashkan seine Schuhe bringen, aber das hätte nur zum Ziel, dass wir beliebter bei ihm werden, was sich mit ein bisschen Geld und Aufwand ebenfalls machen lässt. Und ich habe im Moment, um ehrlich zu sein, nicht wirklich Lust darauf, Schuhe zu suchen. Also werden wir es auf diese Art und Weise versuchen. Komm schon. Du willst das Geld. Du brauchst das Geld. Mann. Ja. Nein! Ich habe ihm einen Tausender gegeben. Okay, 92. 92. Tolle Zahl. Nerevarine. Wir haben die Gerüchte vernommen. Gerüche. Wir wissen, dass ihr der Fremdländer seid, der die nerevarinischen Prophezeiungen zu erfüllen behauptet. Doch erleuchtet uns, Marco, wie kann ein Fremdländer der Nerevarine sein? Ich werde ihm meine Geschichte erzählen, meine Beweise zeigen und darum bitten, zum Nerevarine ernannt zu werden. Das scheint mir am sinnvollsten. Aha! Entschuldigt. Haltet mich nicht für unhöflich, aber mal ehrlich, das glaubt ihr doch selbst nicht, oder? Naja, ich habe es aufgenommen. Es gibt Beweise. Nichts für ungut, aber ihr müsst zugeben, dass ihr ein Fremdländer seid und keine Ahnung von unseren Gebräuchen habt. Wie könntet ihr jemals unser Kriegser sein? Welcher Aschkan, der bei Verstand ist, würde euch zum Anführer der Stämme wählen? Haha! Ähm, dann gebt mir eine Aufgabe und ich beweise dir, dass ich in der Lage dazu bin. Nun gut, ein Vampir namens Calvario hat sich in der nahegelegenen Nehrano-Angruft versteckt. Wenn ihr wirklich so gut seid, wie ihr behauptet, dann sollte es euch ein leichtes sein, diesen Vampir loszuwerden. So, ihr habt ja eine Aufgabe. Im Norden befindet sich... Also, dieser Ahnengruft, kann es sein, dass das die Ahnengruft ist, in der wir bereits schon waren? Ich weiß es gerade nicht. Ne, anscheinend nicht. Okay, Leute, irgendwo im Norden. Das war eine tolle... Einfach mal wieder eine tolle Wegangabe. Also, habe ich genaue Infos zum Ganzen? Ähm... Nach Westen, bis ihr die Berge erreicht, dann wendet euch nach Norden. Okay. Machen wir es auf diese Art und Weise. Also, gehen wir zurück zu ihrem Lager und dann nach Westen. Das hier ist sogar Westen. Ich wäre total falsch gelaufen. Also, nach Westen, bis wir die Berge erreichen. Ja, sind das jetzt schon die Berge oder meint der andere Berge? Eine gute Frage, die ich gerne beantwortet hätte, aber niemand weiß die Antwort. Aber ich glaube, dass da... Ne, das ist sie nicht. Oh Gott, ich werde mich verlaufen, oder? Ja, ich werde mich verlaufen. Und ein Höllenhund verfolgt mich. Wer hätte damit gerechnet? Stirb, höllischer Höllenhund. Danke. Ach Gott. Nerano-Angruft, wo bist du? Ich habe keine Lust, nach einer Angruft zu suchen. Das da ist eine normale Mine. Der würde mich im Moment zu viel nerven. Ich glaube, ich bin wahrscheinlich total falsch. Kann das sein? Ja, offenbar bin ich falsch. Aber egal, wo man hingeht. Überall sind Klippenläufer, die einem signalisieren, dass man falsch ist. Die Klippenläufer selbst sind das Einzige, was an diesem Spiel falsch ist. Das ergibt ja auch gar keinen Sinn. Ich sollte nach Norden. Also, behaltet die Berge dabei zu eurer Linken oder zu eurer Rechten? Zu eurer Linken. Wenn ihr die Ruinen von... Was will ich lesen? Angeoleft... Ich glaube, ich weiß, wo Angeoleft ist. Ich glaube, ich weiß nicht, wo Angeoleft ist. Aber ich kann fliegen und du nervst einfach nur. Okay. Behaltet die Berge zu eurer Linken. Nichts anderes tue ich gerade. Wenn ich jetzt nach Norden gehe, müsste ich auf Angeoleft treffen. Oder irre ich mich da? Ich glaube nicht, dass ich mich irre. Wahrscheinlich wäre das Ganze viel schneller zu erreichen, aber... Ich würde mich verlaufen. Okay. Dann gehen Osten. Osten. Wie war das Ganze jetzt? Gehen Osten und seht euch auf dem westlichen Hang eines Hügels im Herzen der... Nein, nein. Osten. Und auf dem westlichen Hang umsehen. Westlicher Hang eines Hügels. Das ist Angeoleft. So. Jetzt müsste hier der Hügel sein. Und... Hier ist kein Hügel. Am besten ist es wahrscheinlich, wenn ich lebitiere, dann sehe ich mehr auf einmal. Also... Ich kann gerade wirklich keinen Ort ausmachen. Okay. Er kann immer noch einen Hügel hier hinten meinen. Die Angruft kann total gut versteckt sein. Westlicher Hügel heißt, der Hügel schaut in diese Richtung. Also, der Hang. Da ist sie, oder? Ne, es ist ein Stein. Ich bilde mir jetzt schon Dinge ein. Oh Gott. Oh Gott. Wie lange werde ich brauchen? Und was machst du da? Ja, bitte. Ein bisschen Mana. Ich wollte Mana und nicht zusammengeschlagen werden. Wenn ich zusammengeschlagen werden möchte, dann sage ich, dass ich zusammengeschlagen werden möchte. Aber ich wollte nur Mana. Wir werden sterben! Oh Gott. War... So, beide auf einmal. Okay. Hm. Das macht mir die Sache nicht viel einfacher. Zauberst du? Ja, bitte. Auf mich. Noch mal. Warum... Warum... Absorbiere ich nicht? Du bist nutzlos. So ziemlich. Wisst ihr, Sache ist ja die... In der Angruft selbst würde ich definitiv sehr schnell... Ich speichere besser mal. Würde ich definitiv sehr schnell... Mana kriegen. Aber ich muss erst mal lebendig zur Angruft kommen. Und ich komme nicht lebendig zur Angruft. Die Viecher da sind schneller. Aber... Ja. Das letzte bisschen Mana hat... Noch mal... Gereicht. Für ein bisschen Levitation. Okay. Endschuleft. Kein Problem damit. Und jetzt schaut euch auf dem westlichen Hügel... Oder westlichen Hang eines Hügels um. Der von zwei Bäumen flankiert wird. Okay. Bäume gibt es hier ja nicht so viel. Und da sind zwei Bäume. Kann es sein, dass... Westliche Hang... Er guckt nach Westen. Er guckt nicht nach Osten. Ich bin so ein Vollidiot. Hier ist wahrscheinlich schon die Angruft. Oder auch nicht. Hallo. Wir haben doch die Bäume. Wir haben doch die Bäume. Aber hier sind überall Bäume. Das ist wundervoll. Ist es das nicht? Ja, das ist es nicht. Was ist das da hinten? Ach so. Ja. Gut. Ich bin schon in der Nähe von Woos. Wo ich jetzt mal überhaupt nicht hin wollte. Wir suchen etwas. Ein gesamt neues Gefühl. Wir haben noch nie nach etwas gesucht und es nicht gefunden. Wieso bist du so hässlich? Wieso bist du ein Höllenhund? Eigentlich könnte ich die Frage von eben wiederholen. Oh Gott. Das kann doch nicht sein. Ähm. Ich bin tot, Leute. Habe ich irgendwelche Heiltränke? Was da, wo wir herstellen, bringt mir jetzt auch nichts. Nee. Ich bin klipp und klar tot. Obwohl. Ich tue es zwar nicht gern, aber ich habe ja noch dieses Toll. Okay. Ich bin tot. Oh ja. Hi. Wie geht es euch? Ja bitte. 10.000 Tierarten. 10.000 Tierarten. 10.000 Tierarten. 11.000 Tierarten. 11.000 Tierarten. 11.000 Tierarten. Untertitelung des ZDF, 2020